willkommen bei god of warfare so im tempel drin so halbwegs glaube ich zumindest gucken wir mal was uns hier erwartet beim zwerg waren wir auch gerade noch auch die dinger schon wieder aha du bist du denn was willst du hier habe ich jetzt gar nicht gesehen die weg ding du kann sein kann sein den anderen hatte ich jetzt gar nicht gerechnet die haben mich hart erwischt das ist mal beeindruckend so ein bisschen holy fuck da ist auch noch so eine scheiß kiste kriege ich die denn auf wo ist denn hier sind denn hier die dinger von der kiste ach da kann man rüber hüpfen ja warte mal da will ich noch nicht hin doch noch mal gucken Wo sind jetzt die Teile, wo die Kiste aufgeht? Ah, ich sehe. Das ist aber nur eins, oder? Das sind noch mehr irgendwo. Ich gucke mal da auf der anderen Seite um die Ecke. Ah, okay. Ich verstehe. Erwischt. Meins. Was ist das denn schönes? Gewöhnliche Hüftrüstung. Lusonkraft. Nein, tut mir leid. Kann ich nicht brauchen. Bleib ruhig drüben, Junge. So, hier war nichts mehr weiter, oder? Nein. Nein. Okay. Dann mal hoch da. Ein bisschen Gesundheit könnte ich vertragen. Weißt du was? Ich rüste jetzt das andere Ding wieder aus. Äh, war das das Teil? Ja. Ich nehme den Heilungsdings. Ich würde den auch mal gerne irgendwie upgraden. Aber das geht anscheinend nicht. Kann man sich nämlich ein bisschen heilen mit. Ist zwar nicht viel. Keiner mehr, aber stimmt den Arsch retten. Okay, ein bisschen klettern. Oh, da durch. Keine Ansicht. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedenkt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalp. Was macht er? Oh, bin ich. Oh nein. Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Jetzt muss ich wieder mit dem Typen aufm... Ich mag euch nicht, Jungs. Wer ist er denn überhaupt? Ah! Oh, das ist eine Scheiße jetzt. Ach, Scheiße. Ich vergesse immer, dass sie zweimal zuschlagen. Nein. Genau reingerollt. Idiot. Blinded. den habe ich jetzt irgendwie getroffen ja genau, holen auch mehr ja Ich bin nicht ohne, die Jungs. Such einen Weg hinein. Alter Schwede. Frosty. Das hat geholfen. Da, mehr Lichtbrücken. Vergehen. Ein bisschen Gesundheit ist geil. Brauche ich so ein bisschen was? Kann ich denn wieder... Okay. Drüben ist noch keiner, ne? Nein. Gut, dann gehen wir hier lang. Mach dich bereit, Junge! Nachtfrage! Wo sind die? Da, Vorsicht! Ich hab's gleich! Bereit! Dinger mag ich nicht. Die explodieren immer. Oh, kacke. Hier vorne noch was? Ne. Okay. So riesig hier alles. Riesig. Okay. 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 Flieger, nass. So wenig Leben. Oh, kacke. Oh, kacke. Reise und rein. Und die fliege. Und die fliege. Oh, kacke. Das ist ganz gut. Gut, weil ich hier war. Oh, kacke. Und die fliege. Und die fliege! Oh, kacke. Oh, kacke. Boah, das war harte Arbeit. Ja. Die sind nicht ohne, die Jungs. Mehr Licht. Das ist der Plan. Hm, kann ich nicht kaputt hacken. Oh, Gesundheit. Ja. Wann kommt denn eigentlich der Oberschmetterling? Ja, kommt doch bestimmt auch bald. Oh Gott. Was soll ich denn das anstellen? Ja. Wir werden den Stock einbrechen. Die Dinger kriegst du doch nicht alle auf einmal kaputt hier, oder? Nee, die sind so weit auseinander. Also. Wahrscheinlich muss ich das trotzdem tun. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das Licht noch woanders. Nein, gib mir einen Moment. Gib mir einen Moment. Äh. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Oh, hier hinten kann man bestimmt nicht umsonst hingehen. Ah. Das war Nummer eins. Das. Jetzt ist ja hier was frei geworden. Ah, okay. Hier sind noch zwei übrig, oder was? Oh, dann ist kein Problem. Es ist doch nicht nur zwei. Was ist denn das letzte noch? Ach, da drin. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Hat er auch nicht Unrecht. Oh, was willst du machen? Hast du gehört? Sei wachsam und bleib bei mir. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifest? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Ihr war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Ich habe ihn. Ein Messer, Junge. Bloß nicht Alarm schlagen, Schmetterling. Das war knapp. Oh, ja. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Wenn ich hier mal was sehen würde. Oh, das ist so klebrig. China, Nuna! Noch einer! Zurück! Oh, shit. Das könnte lustig werden hier. Da geht es auf jeden Fall nicht mehr zurück. Oh, shit. Hier sind so ein paar Typen. Äh. Nicht gut. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Ah, ich freue mich gar nicht so auf die Schwarmkönigin hier. Kommt mit sich ja gleich angekackt. Oh, da geht es dann weiter wahrscheinlich zum nächsten. Ich glaube, das wird ein längerer Part hier. Ich werde jetzt hier schon mal einen Cut machen, damit ich das in der nächsten Folge ganz habe. Dann bis zum nächsten Mal. 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 Wenn es dann mal. Vielen Dank.